Die Entschlüsselung des menschlichen Erbgutes zu Beginn dieses Jahrtausends war ein bedeutender Meilenstein für Biologie und Medizin und doch nur der Anfang einer ungleich größeren Herausforderung. Die sogenannte funktionale Genomik rückte schon bald ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses, denn erst wenn wir die Funktionen einzelner Gene kennen, wird es möglich sein, dieses Wissen konkret anzuwenden, zum Beispiel für neue Therapien in der Medizin. Mit diesem anspruchsvollen Ziel vor Augen bündeln die Österreichische Akademie der Wissenschaften und das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim ihre Kräfte. Gemeinsam gründen sie in Wien eines der modernsten Zentren für molekularmedizinische Grundlagenforschung in Europa. Am IMBA, dem Institut für molekulare Biotechnologie, arbeiten bereits wenige Jahre später über 100 Spitzenforscher aus 20 verschiedenen Ländern daran, die Vorgänge des Lebens auf zellulärer und molekularer Ebene zu erklären. Das am Campus Vienna Biocenter angesiedelte IMBA arbeitet eng mit dem Institut für molekulare Pathologie, IMP, den Universitätseinrichtungen am Campus und Partnern aus der Industrie zusammen. Ergebnisse aus der Grundlagenforschung können so effektiv mit nachfolgenden Bereichen wie der pharmazeutischen und klinischen Forschung verknüpft werden. Die möglichen Anwendungsbereiche unserer Forschung reichen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu Immunologie, zu Krebsforschung. Und für mich war es der größte Erfolg in meinem Leben, dass wir Dinge tun, die den Leuten irgendwann mal helfen können. Das hohe Ausbildungsniveau am IMBA zieht auch den wissenschaftlichen Nachwuchs aus aller Welt an. Jedes Jahr bewerben sich mehrere hundert Studenten um einen Platz im internationalen Doktorandenprogramm, an dem sich das IMBA gemeinsam mit anderen Instituten des Campus Vienna Biocenter beteiligt. Die besten Ideen in der Wissenschaft kommen nicht im stillen Kämmerchen oder auf der grünen Wiese, sondern wenn wir gemeinsam mit unseren Studenten und Postdocs über Dinge diskutieren. Wir ermutigen alle unsere Mitarbeiter gegen den Mainstream zu denken, neue Ideen zu kreieren. Deswegen haben wir hier auch keine hierarchischen Strukturen. Jeder Mitarbeiter und jede Idee ist wichtig. Der Fakt ist, dass ich nicht träumte, als ein Wissenschaftler zu sein. Und es war eine Art Illumination, als ich 17 Jahre alt war, nur durch ein paar Bücher über molekuläre Biologie zu lesen. Und ich war absolut fasziniert, dass eine Zelle, so klein, so fantastische Dinge sein könnte. Und von diesem Zeitpunkt war ich wirklich mit der Biologie beschäftigt. Und das ist das, was ich jetzt mache. Ich bin sehr glücklich und glücklich, dass ich das machen kann. Heute erforscht Javier mit seinem Team die Mechanismen der RNA-Interferenz. Mit diesem molekularen Kunstgriff gelingt es den Wissenschaftlern, Gene selektiv abzuschalten. Da sich auch krankheitsverursachende Gene auf diese Weise blockieren lassen, ist das noch junge Verfahren ein Hoffnungsträger im Kampf gegen Erkrankungen wie Krebs oder Parkinson. Nur wer versteht, wie Krankheiten entstehen, kann sie eines Tages heilen. IMBA – Link Science and Medicine for you